hallo und willkommen zu diesem video ich bin jetzt bei einem nachbarn und freund er hat einen bauernhof und ich will jetzt sein ferienhaus zeigen also der hat es komplett renoviert alles neu gemacht also das ist hier die terrasse er hat hier viele tiere und vögel so enten und was also es gibt klimaanlage sind zwei schlafzimmer das ist hier also die terrasse rum herum sehr schön gemacht von außen auch und ich werde jetzt ins haus reingehen und zeigen wie das aussieht es ist alles komplett neu gemacht und er vermietet es an gäste die hier ein paar tage verbringen wollen urlaub machen wollen hier ist also auf der terrasse hier kann man schön sitzen und die ruhe und die zone genießen also das ist hier alles rum herum das ist also sehr nah von mir ungefähr ein kilometer wo wir wohnen meine frau und ich jetzt gehe ich rein und hier ist erstmal so wohnzimmer und küche zusammen das hier ist eine kochnische kühlschrank hier ist der tisch mit der sicht wo man essen kann ist alles neu gemacht und sehr schön dann zeige ich mal das kleine schlafzimmer hier hier ist ein kühlschrank hier ist die sicht es gibt hier auch ein tiefwasserbrunnen und trinkwasser hier ist also das kleinere schlafzimmer also mit zwei einzelbetten und dann gehe ich ins andere schlafzimmer und dem badezimmer will ich auch jetzt zeigen hier ist also das badezimmer mit der dusche mit waschmaschine und boiler und alles modern neu gemacht so wie in europa und hier ist dieses doppel schlafzimmer mit zwei fenster eins hier und eins da also fällt nur noch die nachtisch konsolen aber sonst ist alles mit klimaanlage mit ventilator alles neu sehr schön gemacht also wer hier ein paar tage verbringen wollte das ist ein kilometer weit von mir sie können sich bei mir melden und ich kann kann die menschen hierher bringen also sehr schöne gegend melden sie sich in der beschreibung des videos findet man die whatsapp telegram nummer inzwischen auch signal und eine e mail adresse danke fürs zuschauen des videos ich wünsche allen ein besseres leben